In diesem Video lernst du eine besondere Rechentechnik kennen und kannst dabei sogar selber mitmachen und aktiv werden. Ich werde im Lauf des Videos immer wieder Fragen stellen und wenn du dieses Zeichen hier eingeblendet siehst, dann drück einfach kurz auf Pause und überlege dir eine Antwort dazu. Drücke dann wieder auf Play und höre dir meine Antwort und meine Erklärungen zur Frage an. Damit du mitmachen kannst, nimm dir am besten gleich ein kariertes Blatt Papier, einen Stift und ein Lineal zur Hand. Viel Spaß dabei! Wir wollen uns heute gemeinsam das schriftliche Subtrahieren ansehen. Wir rechnen Aufgaben schriftlich, wenn es zu kompliziert wird, sie im Kopf zu rechnen und wir keinen Taschenrechner zur Verfügung haben. Du kannst dir einmal probieren, diese Aufgabe im Kopf zu rechnen. Das Ergebnis lautet 176. Gar nicht so einfach, oder? Vielleicht hättest du es ja mit mehr Zeit geschafft. Dann hättest du die Aufgabe aber auch gleich schriftlich rechnen können. Wie man schriftlich Minus rechnet, also schriftlich subtrahiert, erfährst du in diesem Video. Die schwierige Aufgabe von gerade eben werde ich mit dir im zweiten Teil des Videos genauer ansehen. Wir fangen erst einmal ganz einfach an. Zum Beispiel mit der Aufgabe 8 minus 3. Eine Minusaufgabe kann ich auf mehreren Wegen lösen. Hier kann ich rechnen 8 minus 3. Ich nehme also 3 von 8 weg. Es bleiben 5 übrig. Ich kann aber auch andersherum sagen, 3 plus wie viel ist gleich 8? Das nennt man ergänzen. Du siehst hier die 3 Einerwürfel. Wie viele Einerwürfel muss ich dazu legen, damit ich 8 Einerwürfel habe? Probieren wir das nun mit etwas größeren Zahlen. Rechne einmal 63 minus 51. Die Aufgabe kann ich wieder lösen, indem ich die 51 von der 63 wegnehme. Also 63 minus 51. Es bleibt 12 übrig. Ich kann aber auch wieder andersherum überlegen, wie viel fehlt von der 51 bis zur 63. Also 51 plus wie viel ist gleich 63? Es fehlen 12. Ich lege also eine Zehnerstange und zwei Einerwürfel dazu. 51 plus 12 ist gleich 63. Du siehst also, man kann Minusaufgaben auf unterschiedliche Weise rechnen. So ist das auch beim schriftlichen Subtrahieren. Wir wollen uns in diesem Video das schriftliche Subtrahieren durch Ergänzen ansehen. Und beginnen noch einmal mit der Aufgabe von gerade eben. 63 minus 51. Diesmal rechnen wir die Aufgabe aber schriftlich und schreiben die Zahlen untereinander, so wie beim schriftlichen Addieren. Nur, dass wir dieses Mal Minus rechnen. Also Hunderter unter Hunderter, Zehner unter Zehner und Einer unter Einer. Bei unserer Aufgabe hier natürlich nur Zehner unter Zehner und Einer unter Einer. Wie beim schriftlichen Addieren kommt auch hier ein Strich mit dem Lineal unter die Aufgabe. Hier siehst du die 63 und die 51 noch einmal mit Zehnerstangen und Einerwürfeln untereinander dargestellt. So wie auch vorher wollen wir uns überlegen, wie viel von der 51 noch bis zur 63 fehlt. Denn wir können die Aufgabe ja auch so rechnen, indem wir sagen, 51 plus wie viel ist gleich 63. Anders gesagt, was muss ich also noch unter die 51 dazulegen, dass dort genauso viel liegt wie hier. Wir beginnen auch hier bei den Einer und überlegen, wie viele Einerwürfel muss ich noch zu dem einen Einerwürfel dazulegen, damit ich drei Einerwürfel habe. Ich brauche zwei Einerwürfel. Bei unserer Aufgabe sprechen wir, von der 1 bis zur 3 fehlen 2, schreibe 2. Schauen wir uns die Zehner an. Wie viele Zehnerstangen muss ich zu den 5 Zehnerstangen dazulegen, damit ich 6 Zehnerstangen habe? Ich muss noch eine Zehnerstange dazulegen. Bei unserer Aufgabe sprechen wir, von der 5 bis zur 6 fehlt 1, schreibe 1. Das Ergebnis ist also 12. Gar nicht so schwer, oder? Schauen wir uns eine Aufgabe mit größeren Zahlen an. 526 minus 212. Wieder überlegen wir uns, wie viel von der 212 noch bis zur 526 fehlt. Also wie viel wir hier unten unter die 212 noch dazulegen müssen, damit wir wieder 526 haben. Denn wie du jetzt ja weißt, können wir die Aufgabe ja auch so rechnen, indem wir sagen, 212 plus wie viel ergibt 526. Wir beginnen wieder bei den 1 und überlegen, wie viele Einerwürfel brauche ich noch, damit ich 6 Einerwürfel habe? Ich brauche 4 Einerwürfel. Bei unserer Aufgabe sprechen wir, von der 2 bis zur 6 fehlen 4, schreibe 4. Schauen wir uns die 10er an. Wie viele Zehnerstangen brauche ich noch, damit ich 2 Zehnerstangen habe? Ich brauche 1 Zehnerstange. Bei unserer Aufgabe sprechen wir, von der 1 bis zur 2 fehlt 1, schreibe 1. Kommen wir zu den Hundertern. Wie viele Hunderterplatten brauche ich noch, damit ich 5 Hunderterplatten habe? Ich brauche 3 Hunderterplatten. Bei unserer Aufgabe sprechen wir, von der 2 bis zur 5 fehlen 3, schreibe 3. Fertig. 526 minus 212 ist gleich 314. Machen wir noch eine Aufgabe. 359 minus 234. Drücke kurz Pause und schreibe diese Aufgabe einmal auf deinem Blatt auf. Wir schreiben wieder Hunderter unter Hunderter, Zehner unter Zehner und Einer unter Einer. Frage an dich, an welcher Stelle beginnen wir zu rechnen? Wir fangen natürlich wieder bei den Einer an. Wie viele Einerwürfel brauche ich noch, damit ich 9 Einerwürfel habe? Ich brauche 5 Einerwürfel. Bei unserer Aufgabe sprechen wir, von der 4 bis zur 9 fehlen 5, schreibe 5. Schauen wir uns die Zehner an. Wie viele Zehnerstangen brauche ich noch, damit ich 5 Zehnerstangen habe? Ich brauche 2 Zehnerstangen. Bei unserer Aufgabe sprechen wir, von der 3 bis zur 5 fehlen 2, schreibe 2. Kommen wir zu den Hundertern. Wie viele Hunderterplatten brauche ich noch, damit ich 3 Hunderterplatten habe? Ich brauche eine Hunderterplatte. Bei unserer Aufgabe sprechen wir, von der 2 bis zur 3 fehlt 1, schreibe 1. 359 minus 234 ist gleich 125. Fertig. Drücke wieder Pause und schreibe nun einmal diese Aufgabe auf dein Blatt. Und probiere sie einmal selber zu rechnen. 624 minus 512. Ich brauche noch 2 Einerwürfel, damit ich 4 Einerwürfel habe. Bei unserer Aufgabe sprechen wir, von der 2 bis zur 4 fehlen 2, schreibe 2. Ich brauche noch eine Zehnerstange, damit ich 2 Zehnerstangen habe. Bei unserer Aufgabe sprechen wir, von der 1 bis zur 2 fehlt 1, schreibe 1. Ich brauche noch eine Hunderterplatte, damit ich 6 Hunderterplatten habe. Bei unserer Aufgabe sprechen wir, von der 5 bis zur 6 fehlt 1, schreibe 1. Schreibe nun diese Aufgabe auf und rechne sie. Benutze die Sprechblase als Hilfe. Sprich den Satz dazu bei jedem Schritt. Von der 2 bis zur 4 fehlen 2, schreibe 2. Von der 7 bis zur 9 fehlen 2, schreibe 2. Von der 1 bis zur 8 fehlen 7, schreibe 7. Das Ergebnis lautet 722. Rechne nun einmal auch noch diese Aufgabe. 756 minus 23. Hier musst du besonders darauf achten, dass du die zwei Zahlen richtig untereinander schreibst. Von der 3 bis zur 5 fehlen 2, schreibe 2. Von der 2 bis zur 6 fehlen 4, schreibe 4. Unter der 7 steht keine Ziffer. Also sagen wir, von 0 bis zur 7 fehlen 7, schreibe 7. Das Ergebnis lautet 742. In der Beschreibung des Videos habe ich dir noch ein paar Aufgaben notiert. Rechne diese am besten gleich, damit du das Gelernte nicht vergisst. Wenn es gut klappt, schau dir den zweiten Teil des Videos an. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zusehen und Mitmachen und hast etwas Neues dabei gelernt. Ich wünsche mir den zweiten Teil des Videos. A, sieg ich jetzt vom Zusehen und castig руки livre und decides. Und der zweite Teil des Hausesлись bei der Manquez- np.